Das WaveLab ist ein Innovationslabor und Gründungszentrum, wo wir die Studierenden als auch Startup-Teams an der Schnittstelle von Music, Arts & Media und neuen Technologien fördern, unterstützen und mit neuen Themen in Kontakt bringen. Wir haben ja ein sechsmonatiges Inkubator-Programm, was aber drei Intensivwochen hat, wo wir die Gründerteams immer hier in München zusammenbringen. Diese Woche haben wir unsere Startups da aus unserem vierten Batch. Wenn die Startups hier einen Platz bekommen haben im WaveLab-Inkubator, dann haben sie in diesen sechs Monaten, wo sie intensiv hier betreut werden, insgesamt drei Präsenzwochen und in diesen Präsenzwochen bekommen sie sehr spezifisch auf ihre Bedürfnisse Workshops und Inputs und Impulse. Ich würde von WaveLab unterstützt in vielen Bereichen, zum Beispiel Go-To-Market-Strategie oder bei der Finanzplanung oder mit Ideen vom Marketing. Da profitieren wir natürlich sehr von den Kontakten, die genau in der Branche sind und es ist einfach cooler, das ganze Branchen spezifisch zu haben als irgendwie ein Allgemeininkubator. Hier ist es sehr, sehr wichtig, Feedback-Kultur hochzuhalten, sich gegenseitig zu supporten und dahingehend ist das für uns eine tolle Möglichkeit zu netzwerken. Go WaveLab! Das WaveLab ist ein ganz spezialisiertes und auf die Kultur- und Kreativwirtschaft ausgerichtetes Gründerzentrum. Und wir helfen eben jungen Startups, jungen Unternehmerinnen und Unternehmern, ihre ersten Schritte in die Realität zu gehen. Und wenn ein junges Team ein Startup gründen will oder schon gegründet hat und Unterstützung braucht, dann sind alle herzlich hier willkommen. Der USP vom WaveLab ist wirklich diese Kombination zwischen Music, Arts & Media und neuen Technologien. Und das ist auch eine Mischung, die in Deutschland einzigartig ist. Die Bewerbungszeit ist immer bei uns im Sommer, dann ist der Auswahlprozess im Herbst und dann der nächste Badge heißt es bei uns an Startups, fängt dann im November an.